Domnuss schickt seine Pokémon raus, er kennt sich mit ihnen super aus, meint er. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Unite mit mir, dem Termin da. So, wir haben einen kleinen Shiggy dabei, diese kleine Shiggy, yamai. Kanto, Starter, versammelt euch. Er hat ja auch, er hat sogar den Ding benutzt, um den... Er hat seinen Escape-Button benutzt, um seinem Scheiß entgegenzuwirken. Dem Kack, der ihn am Anfang mal stehen bleiben lässt. Nice. Okay. Kanto-Starter, übernimmt die Lane! Das war fies von uns. Rind zurück. Da kommt noch ein Starter. Er braucht dich nicht. Sorry, ich muss aber sagen, wie es ist. Du bist hier nicht von Nöten. Sehr nice. Ich habe auch nichts dagegen, wenn er sich als erstes digitiert. Boing! Wecks von den Bären! Du, 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 du! Achso. Das ist unser Freund. Nenni, Freund. Geil, wir haben es wohl bekommen, sonst hätte er sich nicht entwickelt. Hui! Iiiiihihi! Uns geht es einfach mega! Hat irgendwas zum Kämpfen? Darf ich das haben? Voll geil! Ich geh mal. Ja, es ist gefährlich. Ich kann dich nicht retten. Ja, das Problem ist... Die Thrasher kann ich nicht on-keepen. Weil das sind viele. Renn! Renn! Muss mich heilen, Clappalong, if you fear. BAM! Ja! Ich habe den Rasierblatt gesehen. Aus der Hölle. Wunderbar. Ich glaube, ich nehme Surf. Ich bin auch. Wiiiihihi! Juhu! Level 7. Das passiert auch nicht alle Tage. Und obwohl oben der Jungler war. Und unserer... Gut. Unserer hat schon mitgemacht, sonst nicht. Aber wir haben ja schon ohne die kräftig... ...überwälzt. Ups! Daun! Ich muss mich heilen. Defensiv aufpassen. Wir haben das Ding. Ich hätte mir die andere Beere aufholen können. Wiiiih! Da, 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 da. Entwickele ich mich jetzt Level 9? Weil das wäre mega geil. Wer bist du denn? Oh. So einer bist du. Das will ich nicht. Aus dem Eiszapfen raus. Wiiiih! Wasser! Aufpassen! Es ist kalt! Ja, jetzt habt ihr ja... Ne, war ihr ein Problem. Du, 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 du. Ich würde sagen, nicht mitpushen. Und ich glaube, ich gehe sogar in den Jungle, während der Jungler denen hilft. Äh, krass. Ja, dann muss ich hoch. Feuerball. Der Jungle hat sich wohl zu weit reingetraut. Also unserer. Zu denen. Weil der ist Dao. Äh, dann holen wir uns kurz Red Buff. Und dann... ...gibt's auch Small. Keine Sorge. Die nächste Hürde steht für die Gegner schon da. Aua. Feuer heiß. Das ist ja aber hoffentlich klar, ne? Ich habe wieder Buddy Barrier. Zünden wir mal. Und jetzt greifst. Weeeeee! Die haben jetzt nur noch ihr Tour-Talk. Und jetzt greift ich nicht ab, sehr traurig, weg, oh da will ich nicht rein, ich weiß nicht ob wir sollten, außer die wollen so unbedingt, also wenn sie so unbedingt wollen, wann soll ich da auch sagen? Aber ich geh jetzt wirklich hoch, jetzt geh ich wirklich, jetzt ist es nicht mehr gelogen, das ist auch nicht mehr lustig, du, 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 jupi, 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 ich brauche mir vielleicht backup, du, 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 ähm, das war's wert, weil wenn ich jetzt genug farme, bei Minute 3 war vielleicht ein bisschen knapp, aber Turtox Ulti kommt eigentlich relativ schnell wieder, schneller ist die von Mammute, deswegen, wenn ich jetzt unten auch die Bienen hole, mit hole zumindest, hoffe ich einfach darauf, dass meine Kulti wieder da ist und bei 30 ist es schon wieder auf 50, was nicht sonderlich viel heißt, weil natürlich, ähm, wie blablub, schmisch mal schmutz, Feuerball, da sehe ich was, nein, ja, und deswegen ist das Rupprutter mit Pushen immer doof, klar, wir könnten sagen, wir wären jetzt dazugekommen, hätte funktioniert, aber dann wären wir nur auch da, die können vorm Tor aus kämpfen, ist immer scheiße, so 93, wir kriegen sogar Ding wieder, kurz nachdem Zapdos da ist, krieg ich dorthin, fuck, Mitte, Mun pets f percent echer to highbrow, kommst du, machst zwei fuhren,www. Er ultet, braucht irgendjemand von mir ein Schild. Nase tot. Es könnte sein, dass wir Zapdos brauchen. Weil die haben halt mega reingecasht. Und ich hab meine Ulti verschwendet. Ich hab halt unseren Heiler gehealt. Ist das so mega verschwendet. Dann den hier. Utropumpe rein. Ja, wir brauchen jetzt das Ding hier. Was? Man kann die... Keine Sekunde aus den Augen lassen. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Was soll ich dazu sagen? Wir hatten das in der Hand. Wir haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Und dann haben wir es verloren. Oh, wie dumm auch. Naja. Naja. Interessant. Hat er eigentlich... Warte mal. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Wann hat das letzte Mal jemand unser Felinara gesehen? Weil ich hab auf jeden Fall den Heiler in der Mitte gesehen. Ich hab den Hasen in der Mitte gesehen. Ich hab unsere Kröte in der Mitte gesehen. Aber es ist Level 13. Es muss ja was gemacht haben. Wo war er? Ja, gut. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv verwerten. Kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist eine gute Beschreibung. Hup. Bye, bye. Bye.